Über den Tod hinaus Perimeterverteidigung Teil 2 Von Michael Atamanow Es liest Matthias Lün Was hatte ich nur getan? Um mein Erscheinen vor dem Imperator hinaus zu zögern, hatte ich eine Invasion der Aliens in mein eigenes System provoziert. Das war, als würde ein Kind das Haus in Brand stecken, damit die strengen Eltern nicht merken, dass eine Vase zu Bruch gegangen war. Mit Mühe löste ich den Blick von den vielen roten Markierungen auf der Taktikkarte und bemühte mich um Fassung. Sender abschalten! Ich brauche Informationen über den Feind, sagte ich mit selbstsicherer Kommandantenstimme ins Mikrofon. Entfernung zum Ziel 900 Kilometer Insgesamt sind auf dem Radar 19 Ziele markiert Identifikation anhand der Radarsignatur Fünf Kreuzer vom Modell Vorschlaghammer Vier Asket-Zerstörer Vier Einsiedler Fünf Meteorfregatten Und ein dickes Ding Ich lachte mit gespielter Heiterkeit auf Das dicke Ding ist ein Schlachtschiff der Aliens Wir sind die ersten Menschen, die es zu Gesicht bekommen und dürfen es damit taufen Ich würde Behemoth vorschlagen Das ist ein mythisches Ungeheuer, das angeblich in der weit entfernten Heimat der Menschheit hauste Admiral Keraizwey schaltete sich in das Gespräch ein Mein Prinz Schwarme kennen dieses Schiff Aber niemand noch leben, wir wissen Taktik und Technik von großem Behemoth Die SAIC haben also keinen Einwand gegen diesen Namen Und die genauen Eigenschaften dieses Schlachtschiffs müssen wir im Laufe der Schlacht selbst herausfinden Ich gab mir alle Mühe, meine Besorgnis mit demonstrativer Zuversicht und aufgesetztem Eifer zu überspielen Seit meinem Einstieg ins Spiel war ich mir zum ersten Mal nicht sicher, dass ich gewinnen würde Hätte ich auf Seiten der Aliens gestanden, hätte ich dagegen keinerlei Zweifel am Erfolg gehabt Fünf Vorschlaghammer konnten gemeinsam eine Todeskugel bilden und jedes Schiff vernichten, das ihnen in die Quere kam Selbst mein Schlachtschiff würde zwei gemeinsamen Salven nicht standhalten Die vielen Zerstörer und Fregatten des Feindes verhinderten, dass meine leichten Schiffe zu den Vorschlaghammern vordrangen Somit wären unsere Chancen auf den Sieg schon ohne den Behemoth, der eine unbekannte Größe blieb, nur hauchdünn gewesen Doch angesichts dieses Riesenschlachtschiffs war unsere Lage rabenschwarz Kurz schoss mir durch den Kopf, den Rückzug anzuordnen und wieder nach Unatarii zu warten Doch diesen feigen Gedanken verbannte ich sofort Schließlich war unsere Niederlage noch nicht besiegelt Außerdem konnte ich die 8000 Einwohner der Henel-Station nicht vor die Hunde gehen lassen Ihr Leben hing einzig und allein davon ab, ob wir sie verteidigen So oder so, ich durfte mir meine Einschätzung nicht anmerken lassen Immerhin hatten die Aliens in den vergangenen Schlachten kein großes taktisches Geschick gezeigt Sondern waren lediglich unbeirrbar vorgerückt Und hatten sich auf die zerstörerische Kraft ihrer Kanonen und die sofortige Regeneration verlassen Diese Erkenntnis beruhigte mich Mal sehen, wer am Ende die Oberhand behalten würde Okay, jetzt wird es ernst Vor uns liegt eine schwierige Mission Also an die Arbeit Pyro 1 ist der erste Endpunkt Pyro 2 der zweite Die Deckung übernimmt jeweils ein Geschwader Fregatten Vorsicht ist angesagt Diese Meteoren sind deutlich schneller als alle unsere Schiffe Wenn sich einer nähert, lassen wir uns nicht auf einen Kampf ein Sondern ziehen uns zu unseren schweren Kreuzern zurück Der Feind hat Manöver begonnen, meldete Nicole Die Zerstörer und Fregatten kommen rasch näher Vorschlagkammer und Behemoth halten sich noch zurück Alle Schiffe bereit machen Vorerst warten wir ab, was der Feind vorhat Sehr gut Unsere Endpunkte hat er nicht beachtet Die ersten beiden Fregattengeschwader haben den Auftrag, den Behemoth unter Netzen festzuhalten Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass er uns zu nahe kommt Nicole Für diese Operation sind sie verantwortlich Alle anderen Fregatten sorgen für die Netze und kümmern sich dabei auch um die Drohnen Der Kontertrupp teilt sich in Fünfergruppen auf Der erste Auftrag lautet, den Meteoren den Bar zu scheren Danach geht es dem Einsiedler an den Kragen Elektronikstoffe, sie schalten den gefährlichen Asketen aus Achtung, der Feind kommt in die Kampfzone Fregatten vorwärts, Drohnen freisetzen Auf der Taktikkarte saust ein riesiger Schwarm kleiner grüner Punkte auf die Roten zu Als unsere schweren Kreuze eine Wolke von Kampfdrohnen abschossen, nahm die Schlacht ihren Lauf Hier ist Kriegsfalke 4, ich habe einen Meteor unter dem Netz Er ist in der Übersicht markiert Mit einem mächtigen Knall zerbarst das erste Schiff der Aliens nach einer gemeinschaftlichen Attacke der 40 Zerstörer Aber eins hier, Asket unter dem Netz Zwei weitere Detonationen ertönten Da die erste Explosion den Asketen in Stücke riss, musste die zweite einen der Unsinn getroffen haben Kriegsfalke 1 hier, ich brauche Hilfe, diese Drohnen fressen mich bei lebendigem Leib Raus, Warpen! schrie ich Doch es war zu spät Die nächste Feuerblume leuchtete durch den Kosmos Schwere Kreuzer, der markierte Asket ist das Primärziel, das Sekundäre, dann der Einsiedler dort Feuer frei auf die Ziele unter dem Doppelnetz Nach einer gemeinsamen Salve von 20 schweren Kreuzern Zerstoben zwei weitere Schiffe der Aliens zu einer Wolke aus winzigen Fragmenten Schon folgte die nächste Explosion, als einer unserer Zerstörer einen Meteor abschoss Mein Prinz, jetzt kann ich glück Dieser Abschiedsruf von Pyro 10 kam so spät, dass eine Reaktion nicht mehr möglich war Hier ist Kriegsfalke 4, mich halte ein Meteor mit Netz und Unterbrecher fest, er hält mich aber auch Das ist wohl das Ende, Kontertrop rettet Kriegsfalke 4 Eine Explosion ertönte, direkt gefolgt von der nächsten Der Taktikoffizier nahm zwei Meteoren von der Karte Kriegsfalke 4 hier, wir sind mit knapper Not entkommen, danke für die Hilfe Ich gebe allen ein Bier aus, ertönte die vertraute Stimme der Kapitänen Kriegsfalke 4, warpen Sie zur Tria Für heute haben Sie Ihr Glück ausgereizt, jetzt brauche ich die Netze auf dem letzten Meteor Pyro 11, bleiben Sie bei den anderen Safar 4, das gilt auch für Sie Zurück in die Formation Allein hat niemand eine Chance Schwere Kreuzer, das Primärziel ist der Asket, der gerade versucht, sich aus dem Netz zu befreien Boom, boom, boom Als die Detonationen ertönten, warf ich einen Blick auf den Taktikbildschirm Die Unterstützungsschiffe des Feindes waren zwar komplett ausgelöscht, doch die Gruppe mit Vorschlagkammern hatte sich bereits bis auf knapp 200 Kilometer genähert Der Behemoth war allerdings noch ein Stück entfernt Nun konnte ich ein wenig aufatmen Der Feind hatte sämtliche leichte Schiffe verloren, sodass wir auf dem Schlachtfeld etwas mehr Bewegungsspielraum hatten Das verbesserte unsere Lage erheblich, da meine Fregatten jetzt näher an die Vorschlagkammer herankamen und diese unter sich aufteilen konnten Pyrogeschwader 2 und 3 halten die Vorschlagkammer, die ich auf der Karte markiert habe Sie dürfen sich nicht weiter nähern Hauer und Safars werfen Netze aus und zielen auf diesen Vorschlagkammer Die anderen drei sollen sich ruhig ein wenig vorwagen Braut des Chaos macht einen kurzen Vorstoß Die schweren Kreuze halten sich 30 Kilometer hinter dem Schlachtschiff Drei der Vorschlagkammer eröffneten das Feuer mit einer gemeinsamen Salve Das Abwehrschild der Braut des Chaos verlor die Hälfte an Energie, lud sich aber rasch wieder auf Nachdem die zehn schweren Kreuze ihre Module zur Fernaufladung aktiviert hatten Primärziel markiert Das Schlachtschiff und alle schweren Zerstörer machen sich bereit Geschossen wird nur auf mein Kommando Bei drei Eins Zwei Drei Der attackierte Vorschlagkammer erlosch wie eine Kerze im Wind Die gemeinschaftliche Salve, die mein Schlachtschiff zusammen mit 22 schweren Kreuzern abgefeuert hatte Verwandelte das Alienschiff in eine Trümmerwolke Leute, ihr seid gnadenlos! Hervorragend! Ich habe ein neues Schiff im Visier! Die Antwort des Feindes erwischte die dicke Johan Das Schiff bekam einen heftigen Schlag Die Beleuchtung fing an zu flackern Einige Geräte schalteten auf Notstromversorgung Unser Schild ist nur noch bei elf Prozent! Sollen wir die Evakuierung vorbereiten? Fragte Kapitän U Die Dicke wird wieder aufgeladen! Ordnete ich im Flottenkanal an Dann nahm ich den Kopfhörer ab und sagte dem Kapitän, dass eine Evakuierung nicht nötig wäre Die Schlacht befand sich in einer kritischen Phase Ob sich die letzte Salve gezielt gegen die dicke Johan gerichtet hatte Oder ob es nur Zufall gewesen war, dass es von 22 Kreuzern ausgerechnet sie erwischt hatte Vermochte ich nicht zu sagen So oder so, eine weitere Salve von zwei Vorschlaghammern würde das Schiff ohne Hilfe nicht überstehen Alle geladen? Auf drei! Eins, zwei, drei! Der nächste Vorschlaghammer verschwand in einer orange-weißen Wolke Nur noch ein Feind befand sich in der Nähe Erledigen wir den letzten